Wie diese Technologien ausschauen und ob sie uns Arbeit wegnehmen oder unsere Arbeit erleichtern, ob sie uns ermächtigen oder entmächtigen, ist nicht Gott gegeben, sondern eine Frage des Designs. Diese Technologien kommen nicht von irgendwoher über uns, sondern das sind Entwicklungen, kulturelle Artefakte unserer Gesellschaft. Das heißt, das, was wir in den Labors entwickeln und in den Unternehmen entwickeln, das, was da rausgeht an Innovation, ist wirklich etwas, was wir selbst uns gestalten.